Hallo, Hallöchen, meine Hübschen! Heute reden wir über die Vorhersagen von Alois Irrmaier über Flüchtlinge und Plünderungen und setzen sie dann in Bezug zum Zweiten Weltkrieg. Also schaut das Video bis zum Ende an. Ich zitiere, die Städter gehen aufs Land zu den Bauern und holen das Vieh aus dem Stall. Bei denen, die keine Bauern sind und keine Hände, also Hilfskräfte, zur Arbeit haben. Ich schlussfolgere daraus, dass einem Kind oder einer Familie, die einen Hasen hat zu Hause, der Hase unter Umständen genommen wird, geschlachtet wird und gegessen wird. Zum Beispiel, ich zitiere weiter, einmal werden in den Städten Unruhen ausbrechen und dann wird gestohlen und geplündert. Unruhen brechen oft zuerst in Städten aus und verlagern sich dann später aufs Land. Natürlich, die Personen und Menschen, die keine Vorräte angelegt haben, um eine Krisenzeit zu überstehen, müssen, um ihre Familie ernähren zu können, stehlen und plündern. Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher, ob nur Nahrungsmittel gestohlen werden. Weil, es könnte ja auch Benzin und Diesel geklaut werden, um aus der Krisenregion sich entfernen zu können. Das Zitat geht weiter. Die Städter ziehen aufs Land und wollen den Bauern das Vieh nehmen. Dann muss sich der Bauer fest auf sein Sachs setzen. Sonst stehlen sie ihm das Hemd unterm Arsch weg. Ich interpretiere das so, Bezug nimmt auf das vorherige Zitat, dass sie auch dem Nicht-Bauern die Sachen stehlen. Interpretiere ich das so, dass alle Menschen, die im ländlichen Leben beklaut, bestohlen und bei ihnen geplündert wird, egal ob Bauer oder nicht, wenn sie was haben und sei es nur eine Tomatenpflanze oder eingelagerte Kartoffeln oder Möhren oder sowas oder Dosenfutter, wird alles geklaut, ohne Rücksicht auf Verluste, weil zu Hause vielleicht eine Familie sitzt, ein Kind, was extremst Hunger hat. Das Zitat geht weiter. Aber diese böse Zeit geht schnell vorbei. Also alles, was in dieser harten Krise ist, egal ob Krieg und Hungersnot und Plünderungen, Flüchtlinge, diese Zeit muss wohl laut Irrmeier sehr schnell vorbei sein. Ich zitiere weiter. Na, da braucht's euch da drüben im Allgäu und am Lesch keine Sorgen machen. Euch tut's auch nicht viel. Bloß große Mengen Flüchtlinge werden kommen und die eigenen Leute werden stehlen und plündern, dass es eine Schand sein wird. Bei uns südlich der Donau leben dann so viele Menschen, dass für keinen mehr reicht bezüglich des Essens. Der Hunger treibt die Stadtleut raus aufs Land. Die holen's dort, was sie brauchen. Stehlen und Plündern wird gut genug sein. So in die Richtung. Grat, Gnua, was auch immer das auf Bayerisch heißt. Wie ihr seht, sind auch auf dem Dorf oder im ländlichen Menschen unterwegs, die dort heimisch sind. Also auf Sächsisch wird sagen, hieß's schon. Also Gebürtige sozusagen. Auch die, obwohl sie auf dem Dorf leben, haben nicht vorgesorgt für eine Krisenzeit. Mögen sie zugezogen sein oder nicht, aber auf dem Dorf, so meiner Meinung nach oder meiner Ansicht nach, sollte man auf dem Dorf immer einen gewissen Vorrat haben, weil man ja aus Geschichten von Großeltern oder Urgroßeltern weiß, dass es auch mal schwierige Zeiten geben kann und es immer gut ist, einen Vorrat zu haben. Dann würden Plünderungen und Stehlen von den Mitgliedern der Dorfgemeinschaft nicht passieren. Und man nur auf Auswärtige achten müsste. Aber nein, laut dem Zitat von Irrmaier muss man auf alle achten, die das Hab und Gut, die Nahrung haben wollen. Machen wir doch mal einen kurzen historischen Rückblick auf den Zweiten Weltkrieg oder auf das Ende des Zweiten Weltkriegs. Ihr fragt euch jetzt warum? Weil wir aus der Geschichte wissen, dass der Mensch nichts aus der Geschichte lernt. Wie ihr auf dem Bild sehen könnt mit der Überschrift Plünderer werden mit dem Tode bestraft, ist das Hab und Gut und Nahrung schon in der damaligen Zeit unter starken Schutz gestellt worden. Und wenn wir bedenken, dass während und nach dem Zweiten Weltkrieg weit über 10 Millionen Flüchtlinge auf den Beinen waren und ihre Familien verloren haben, teilweise Familienmitglieder verloren haben und teilweise sich Kinder alleine durchschlagen mussten, sollte man doch in Betracht ziehen, dass man sich auf solche Krisen vorbereitet oder einen gewissen Stammvorrat hat, der immer mit in Gebrauch ist. Ich meine, es schadet nicht, wenn man anstatt einer Mehl-Tüte vielleicht zwei oder drei hat. Das kann schon einmal Leben bedeuten oder Tod, wenn man es hat oder nicht hat. Und wenn wir jetzt mal bedenken, was alles während und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges geklaut worden ist oder wie die Situation war und jeder kennt die Geschichten. Sei es aus dem Geschichtsunterricht oder durch Erzählungen von Oma, Opa oder so. Oder selbst von Mama und Papa noch. Es wurde Kohle geklaut. Vom Zug runter, vom Waggon runter wurde Kohle runtergeschmissen, um im Winter heizen zu können. Es gab einfach keine Bäume mehr. Die waren schon teilweise abgeholzt. Flüchtlingsströme aus den besetzten Gebieten. Ostpreußen, die sind übers Haft geflüchtet teilweise, sind eingebrochen, sind ertrunken, erfroren. Wie viele kleine Babys sind auf der Flucht erfroren? Diese Flüchtlinge haben was zu essen gebraucht. Die haben Essen geklaut. Die haben nicht nur Essen geklaut. Die haben sogar Klamotten und Bettwäsche und alles geklaut. Alles, was sie gebraucht haben. Teilweise keine Unterkünfte für Flüchtlinge vorhanden, so dass sie in Baracken wie in den Slums von Indien oder so hausen mussten. Selbst ansässige Deutsche, die gar nicht irgendwo aus Deutschland rausgegangen sind, hatten keine Unterkunft und hatten nur Ruinen zum Wohnen. Wohl dem, dass wir die Trümmerfrauen hatten, die das Land zum Großteil wieder aufgebaut haben. Und was floriert, wenn man nichts hat? Der Schwarzmarkt. Weil auf dem Schwarzmarkt herrschte ein Austauschmarkt. Die harte Währung war zum Großteil Zigaretten, Alkohol, Kaffee von mir aus. Also alles, was eine Sucht befriedigen kann. Heute könnte man sagen, hast du entscheidend, kriegst du das und das dafür. So ungefähr, stell ich mir das dann vor. Was wir aber auch nicht vergessen dürfen im Zuge der historischen Erinnerung, waren die ständigen Fliegeralarme. Es waren Vergewaltigung und Verfolgung an der Tagesordnung. Selbst auf der Flucht wurden viele beschossen. Viele haben auf der Flucht sogar noch ihr Leben verloren. Und bedenken wir die Hamsterfahrten, die ja Irrmaier in seinen Zitaten beschrieben hat. Die Frauen, selbst Kinder, sind früher aufs Dorf gefahren oder aufs Dorf gelaufen. Je nachdem, wie die Möglichkeiten waren. Und haben versucht, alles Mögliche einzutauschen, um überhaupt noch etwas an Nahrungsmitteln zu bekommen. Aber laut dem Zitat, die Städter ziehen aufs Land und wollen den Bauern das Vieh nehmen. Dann muss sich der Bauer fest auf seine Sache setzen. Sonst stehlen sie ihm das Hemd unterm Arsch weg. Das zeigt aber, dass die damaligen Hamsterfahrten anscheinend noch harmlos gewesen sind in Bezug auf das, was uns bevorstehen soll. Fassen wir doch mal kurz zusammen. Die Zitate von Irrmaier warnen vor einer zukünftigen Krisen- bzw. Kriegssituation, in der die Städter auf das Land ziehen und den ansässigen Landleuten, sei es Bauern oder Nichtbauern, Güter stehlen könnten bzw. werden. Und wenn wir bedenken, dass historische Hamsterfahrten während des Zweiten Weltkrieges oder auch kurz danach ebenfalls zu den Menschen aufs Land gingen, ist das schon ein alarmierendes Zeichen. Einerseits dafür, dass die Menschen blauäugig sind und nichts aus der Geschichte gelernt haben und zweitens, dass die Landbevölkerung oder die Menschen im ländlichen Raum sich auf Plünderer einstellen müssen, so wie es Irrmaier schon beschrieben hat. Einfach auf seine Sache draufsetzen. Denn diese Hamsterfahrten waren im Gegensatz zu den Prognosen von Irrmaier ziemlich harmlos. Und sie deuten auf ein sehr intensives und bedrohliches Szenario hin, in dem es nicht nur Not und Hunger, sondern auch eventuell Tod geben könnte, zusätzlich zu irgendwelchen Kriegshandlungen. Das sollte jeder beachten und sich einen gewissen Vorrat schaffen, damit man auch in der Stadt auf solche Krisen oder andere Krisen wie Jobverlust oder Ähnliches vorbereitet ist, um nicht anderen Menschen die Lebensgrundlage zu rauben. In diesem Sinne, meine Mäuseln, schreibt mir eure Kommentare, lasst ein Like da und ein Abo da. Überlegt mal über die Situation. Schreibt mir mal mit, welche Gedankenblitze euch durch den Kopf schießen, wenn ihr die Zitate von Irrmaier hört. Und tülü tü, meine Hübschen, wir hören und sehen uns. Und tüü, meine Hübschen wird auch sehr gut abgedürnt,